Hallo und willkommen zu einer niegelnageln Folge von Thief 3 Deadly Shadows und ich bin euer Inselgamer und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, es sind diesmal mehrere dabei und nicht verstecken. Klar bin ich kein Profi hier und verhaspel mich immer noch ein bisschen mit dem Reden, je nachdem, wie gut drauf ich gerade so bin, wie fit ich bin, wie müde und wie auch immer. Da ich ja nun nicht so viel Zeit habe, kann ich da nicht immer so ganz drauf Rücksicht nehmen und klar bin ich manchmal noch ein bisschen aufgeregt hier natürlich das alles möglichst ordentlich zu machen. Und einen gewissen Druck ist man ja immer. Und nun denn, wir sind hier, wir haben den Blutfleck beseitigt in der letzten Folge. Wir haben sie dadurch befreit, dass die Wiege sich nicht mehr an Lori erinnern kann und wir sollen sie in der Lobby treffen, soviel ich mich noch erinnern kann. Und mal sehen, wie wir uns, glaube ich, den Weg nach draußen zeigen. Aber müssen wir nicht aus der Erinnerung dann draußen sein, denke ich, eigentlich. Aber gut, wir versuchen erstmal in die, zur Lobby zu kommen. Aber eigentlich müssten wir hier auf dem richtigen Weg sein. Wenn, wenn, ist alles immer noch so dieses Grüne, ne, ist schon unheimlich. Es macht es echt so, hat schon ein bisschen was von Outlast, ne, oder das Evil ist in, aber das ist natürlich heftiger. Das ist hier natürlich Pille Palle. Ich habe die Spiele selber leider noch nicht gespielt, aber man hat sich, glaube ich, so wie ich das so gehört habe, hat man sich da mehr erhofft. Also allerdings war vielversprechender, was man so vorher von diesen Spielen wohl gehört hat, aber zumindest von The Evil is in, Outlast war ja schon nicht ganz gut. Hat auch Gronkh richtig gut gemacht, fand ich, das Let's Play. Also der macht das ohne Frage richtig gut, da hinzukommen. Also man sollte sich nie mit Gronkh vergleichen, das ist, ah scheiße, falsche Richtung. Und das will ich auch gar nicht, denn ich bin der Inselgemer, kein Gronkh, ich bin kein Sarazar, das wisst ihr alle. Ich bin nur ein kleines Licht, der das zum Hobby macht, das Let's Play. Hier ist sie. Hallo? Lowy? Ah, okay, wir müssen jetzt... Diesen Orb, Orb nennt man das, wenn man so einen Lichtpunkt sieht. Obst, das sind so eine Seelen, verlorene Seelen, die hier... Okay, wir folgen sie einfach mal, ich will hoffen. Lobby, okay, da kommen wir jetzt raus aus, der Lobby. Und das ist hier der Weg nach draußen. Genau, die Tür war zu. Und nun, wo ist sie hin? Wir gehen jetzt mal hier rein. Oh nein, du kannst nicht weg, kann ich? Ich weiß, warum. Das Ort erinnert dich jetzt. Du hast hier zu lange. Es gibt nur eine Art Weg, um den Kradel zu verlassen. Du musst ihn schlafen. Ich werde dir helfen. Erstens, du musst in die Vergangenheit als dein reales Selbst. Oh nein. Es gibt ein Kradel in der Sturm-Seller. Du musst in den Kradel gehen, und drücken die Tür. Dann wirst du den Kradel in die Vergangenheit als dein reales Selbst. Aber du kannst nicht die Staffe dich finden lassen. Wenn sie dich diese Zeit treffen, dann wirst du immer wieder tot. Also, wir gehen jetzt nochmal runter in den Sturmkeller. Falsche Seite. Oh Mann. Ob wir hier jemals rauskommen? Wer weiß, wer weiß das schon. Wo sind wir da eigentlich jetzt lang? Okay, wir gehen nochmal hier runter. Okay. Oh, was? Ah, wo bin ich? Achso. Beim Grafikfehler. Ich wollte hier, glaube ich, noch. Ich muss hier noch gar nicht runter, meine ich. Ich glaube, ich muss hier noch auf dieser Ebene. Nee, oder? Hier. Okay, ich muss noch ein Etage tiefer. Entschuldigung, mein Hals. Orientierung gerade verloren. So, hier lang, ne? Okay. Ah. Okay. So, also wir sollen in diesen besagten Käfig. Wo zuerst eigentlich von ihr gewarnt worden sind, dass wir da nicht rein sollten. Aber. Mal gucken. Ja, das ist es. Du bist wirklich hier in der Vergangenheit. Das ist eine andere Zeit. Nur vor dem Ende. Du bist jetzt wie selbst. Und die Kradel kann dich sehen. Wenn die Kradel dich finden, dann wird dich tönt. Okay. Hier ist eine letzte Sache, die du musst tun. Geh zum Topf der Kradel. Da gibt eine dritte Kradel. Da ist eine dritte Kradel. Du musst rauskommen. Dann wird die Kradel think, dass du dich tönt. Aber du wirst wirklich nicht sterben. Du bist nur draußen, wo es nicht sehen. Ich werde dich warten. Okay, Lowey, wir werden uns wiedersehen. Okay, wir müssen in den Personalturm gelangen, ohne dass die Pfleger mich finden. Uns finden. Ich glaube, ich muss hier lang. So, hier einmal nach oben. Okay. Ich glaube, ich kann hier lang. Wann war das? Hier hoch, oder? Ich glaube, das könnte der Personalturm sein. Hier geht es um Dachboden, ne? Büro des Schatzmeisters. Das ist, glaube ich, hier falsch, oder? Lobby. Aber von der Lobby können wir... ... zum Personalturm. Hm? Hmm. Und dann... oh hier geht es um Dachboden Ja, hier ist der Dachboden. Das ist falsch. Das verwirrt mich halt, weil das hier auch so eine Wendeltreppe ist. Aber wenn wir vom Dachboden kommen, dann müssen wir uns doch rechts halten. Aber das rechts oder das untere rechts? Also wenn wir hier noch eine runter gehen, dann vielleicht rechts? Hm. Also hier lang? Na, hier sind wir ja wieder hier unten. Okay, ich geh nochmal eine höher. Oh Mann. Okay. Alle sind hier lang? Ah, scheiße. Hoffentlich läuft er an mir vorbei jetzt. Oh nein. Wie konnte er mich denn sehen? Ah, nur gut. Lade ich halt nochmal. So, da sind wir nun. Und wir müssen in den Personalturm immer noch. Ah, wie kommen wir da am besten hin? Ich geh jetzt hier lang. Ah, hier. Oder? Aha, okay. Stimmt ja das nicht. Oh Mann, hier ist es so dunkel. Wo ist das Fenster? Hm? Ah, hier brennt es schon. Ah, hier könnte es vielleicht irgendwo ein offenes Fenster. Hier fängt es nämlich schon an zu brennen. Oder? Ist das das? Muss ich direkt hier an so einem Fenster langlaufen? Kann das sein? Wie bei diesem Drap, dass das hier erst aktiviert wird? Wenn wir da... Ne. Nun gut. Also müssen wir hier durch. Aber hier ist... Man sieht hier gar nichts. Wir müssen... Nach einem Fenster... Ah, hier ist eine... Hmm. Something sagt mir, dass es keine zurückkommt. Ich sollte alles alles, was ich erst machen muss. Welche andere Aufgabe? Haben wir noch eine Aufgabe? Suchen sie nach weiteren Informationen über die Hexe, die sie angegriffen hat. Super. Das haben wir immer noch nicht. Aber wo sollen wir denn da noch Informationen finden über die Hexe? Diese Lori hätte auch uns mal was sagen können, ne? Und finde ich die jetzt in der Erinnerung, also in der Vergangenheit, die... Die Informationen über diese Hexe? Oder finde ich die hier? Hmm. Oh Mann, oh Mann. Ich fürchte, ich muss hier rüber zu den Behandlungsräumen. Okay, ich gehe nochmal hier drüben erstmal alles nochmal abschecken. So, wir müssen noch Informationen sammeln. Über die Hexe. Oh Mann. Hey, was soll's! U straps nein wie konnte er mich denn sehen ok das wäre natürlich zu einfach gewesen wenn wir jetzt schon hier die Wiege hätten verlassen können wir müssen die Information noch finden über die Hexe Goldlingsturm gucken wir hier nochmal ob wir da irgendwas finden aha wenn hier schon was über den Sektor Draft steht vielleicht sind wir da ja auf dem richtigen Weg hier ist das Säuglings ich glaube hier waren nichts oder? Bericht Art ist zwischenfalls tot beteiligte Patientenmitarbeiter Lori S. Weiß Zeugen Zeugeninformationen Hardrapped weise Beschreibung des Zwischenfalls zwei weißen Kinder spielten auf dem Dachboden der Anstalt ist offenbar einer der Patienten das Mädchen tötete am Tatort ist eine große Blutlache zu sehen von der Leiche des Mädchen fehlt allerdings jede Spur es wurde umgehend eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet der Spielkamerad des Mädchen Draft behauptet dass es sich bei dem Mörder um irgendeine Echse er bezeichnet sie als graue Frau handelt und nicht um einen Patienten da Draft noch ein Kind ist und es weder achso deswegen steht Draft weil es stimmt er war als Kind ja auch da ist und es weder weitere Zeugen noch Beweise für seine Behauptungen gibt müssen wir davon ausgehen dass ein Patient das Mädchen zuerst ermordet und anschließend die Leiche versteckt hat Schlussfolgerung wir müssen den Aufenthalt von Weisen im Umfeld der Weisenhalle unterbringen Gottlob hatte das Mädchen keine Familie die Ärger machen kann oh man also müssen wir zu Weisenhalle ich spielte Heidem Sieg mit meinem Freund verabschied aber er hat mich nie gefunden in dem Fall die Kray-Lady gefunden ich versuchte zu rennen aber die Tür war geschlossen und ich konnte es nicht öffnen war das jetzt das was uns noch gefehlt hat ah ok sehr gut das war's schon ich hätte gedacht wir müssen jetzt noch viel mehr finden gut dann können wir jetzt zum Personalturm wenn ich jetzt nochmal den Weg finde ich finde wo waren wir denn ich glaube von der oder von hier genau wir sind von hier Lauf Lauf Gareth Lauf Lauf Schnell Rainer so wir sind jetzt ich habe das hier nochmal gemacht und damit ihr das jetzt nicht nochmal alles sehen müsst so wir sind jetzt wieder hier und stimmt wir haben ja auch unsere Ausrüstung jetzt weil wir ja wir selber jetzt sind in der Erinnerung in der Vergangenheit und wir haben hier die Informationen nun der Hexe und wir können jetzt hier durch diese Tür und wir müssen ein offenes Fenster finden wir können die übrigens abschießen mit den Pfeilen wenn es wenn es klappen würde so ja wenn man zählen kann dann kann man die natürlich auch abschließen mit einem einfachen Pfeil jetzt geht das nicht wieso geht das denn jetzt nicht was ah ok so ok dann nehmen wir halt Feuerpfeile so diesmal steht der Typ da nicht so wir müssen ein offenes Fenster finden oh mein Gott was sind das hier für Schalter ok ah ok klar wir müssen nach oben damit wir uns runterstürzen können genau wir wollen uns jetzt umbringen Selbstmord nach dem was wir hier alles gesehen haben können wir einfach nicht mehr anders ah 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 Hm? Geh auf! Was? Ah, okay, hier kann man lang. So, wo ist ein Fenster? Ich brauche ein Fenster. Ich will in den Freitod. Oh, was ist da denn jetzt? Pfleger, ganz viele Pfleger, Hilfe. Was wollen die? Die wollen mich daran hindern, mich umzubringen. Da sind sie! Ah, nein, sie haben mich! Ah, Mist, warum speichere ich nicht? Okay, dann werden wir das doch mal versuchen. Gut, dass ich getroffen habe. Okay, wir müssen das Ganze leider nochmal machen. Den ganzen Turm da hoch. Oh, Mann. Ah, hier. Nun denn? Also, ganz viele Pfleger bewachen wohl das Fenster, aus dem wir springen müssen, damit diese Wiege uns vergisst und denkt, wir wollten uns nur umbringen. Und das ist halt der einzige Weg, um hier wieder aus dieser Hölle rauszukommen. So, dann werde ich auch mal speichern. Das vergesse ich ja immer. So. Okay, die Pfleger, die warten wohl schon auf uns. Oh, Mann, Mann. Da sitzen sie am Tisch. Ah, okay. Ach übrigens, bei Ladefrequenzen sind auch manchmal so Zitate aus dem Spiel und aber auch manchmal so Tipps, ne? Nützliche Tipps, aber jetzt keine Lösung für irgendein Problem, aber so Hinweise, Tipps halt, ne? Was man beachten muss in gewissen Situationen oder so, ne? So. Also, ich würde sagen, da das so viele sind und wir werden die ja nicht alle töten können, werde ich versuchen, auf den Tisch zu springen und dann durch das Fenster. Oh, was? Fast geschafft! Ich hätte es doch fast geschafft. Okay. Versuchen, 999. Ja, geschafft! Oh nein! Ah. Ja! Ah. Ich sah sie all diese Jahre vorhin, also bin ich mit Fragen verlassen und das Viales Blut, das der Ghost hat mich verletzt. Der Ghost ist zurückgekehrt. Ich denke, ich hätte besser folgen. Das ist noch nicht vorbei. Sie sah wie die Übersetzerin der Hüter. Hm, okay, vielleicht ist die Hexe und die Übersetzerin der Hüter eine und dieselbe Person? Könnte man das daraus schließen? Okay, weiter geht's. So, da ist der Ghost von Lorne. Wir haben es aus dem Kradel. Seid mich. Ich nehme dich zu dem Ort, wo sie mich verletzt hat. Bring mein Blut mit dir. Na, wir gehen wahrscheinlich jetzt zu diesem Friedhof, wo wir schon mal waren. Wieso? Wir haben sie hier doch vor uns. Hallo? Ist das hier? Wurde sie hier begraben? Hier? Hm, ich guck mal in die Aufgaben. Hm, nun denn. Ähm, wahrscheinlich müssen wir jetzt hier das Grab von der Lori finden und dann nochmal da irgendwas mitmachen mit dem Blut, was wir da von ihr mit dabei haben. Aber ich sehe hier gar nichts. Hier scheint nichts zu sein. Okay, jetzt geht weiter. Moment. Okay, jetzt geht's weiter. Ah, hier längs? Okay. Ach du Scheiße, da sind ja die Wachen auch noch. Mann, oh Mann. Wo geht sie hin? Da rein? Noch nicht, oder? Oder doch? Da ist noch eine Moos-Fall. Nehm ich gleich mal mit. So, dann würde ich sagen, das sehen wir dann in der nächsten Folge wie es hier weiter geht. Ich mach dann hier eine Aufnahmepause. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Insegima. Tschüüüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.